Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, ich bin hier auf der Eckflou, einem sehr wichtigen Berg im Süden von Basel. Und ja, kurz mal ein bisschen zeigen. Sehr verschwitzt. Ich habe mich ein bisschen sehr angestrengt, also es ging sehr stein nach oben. Aber jetzt sind wir eigentlich auf einem der höchsten Punkte, so 10 bis 15 Kilometer von Basel weg. Und Basel sieht man da hinten, hinter dieser Zonne. Da, da ist der Rosch Tower, also die zwei Rosch Tower. Genau. Das ist Basel dort. Und links sieht man auch so ein bisschen Wald dazwischen. Das ist der Rhein. Ja, man sieht ihn nicht, aber der Wald hinten dran sieht man. Man sieht den Rhein nicht. Und hier oben, ich kann nicht mehr so ein bisschen rauszoomen, ist der Feldberg. Genau. Und da drüben alles Deutschland oder Feldberg. Und also alles, was man hinter den letzten Hochhäusern da hinten sieht, ist alles Deutschland. Ich glaube, die Hochhäuser sind noch kurz die Schweiz. Bei der Krishona-Turn, den sehe ich jetzt gerade auch nicht so richtig. Soll auch dort sein. Hier unten wohne ich, in diesem braunen Gebäude, über diesen rechten Tanzapfen. So ein braunes Gebäude. Ja, so ein bisschen, ja nicht braun, aber so beige. Genau. Da unten laufe ich immer durch. Da hinten auch immer durchlaufen. Ja, sehr schön. So genießen wir die Aussicht ein bisschen mehr. Hier auf diesen Hügeln bin ich auch schon überall gewesen. Oh, diese schönen Wolken. Ja, sehr schön. Hier auf der Schartenflur, Gempen-Turm da oben. Vielleicht sieht man ihn. Da bin ich schon hundertmal gewesen. Ja, man sieht ihn ein bisschen, der Turm. Dort ist ja das Gebäude und links davon gibt es noch so Säbnerstange. Das ist der Gempen-Turm. Und da rechts, dieses weisse Zeug, das sind auch noch Sendetüren. Genauso wie hier. Das ist, glaube ich, Internet. Das könnte irgendwie Internet oder Strom sein. Ja, sehr schön. So ein Holzbett gerade. Also weiter da. Ja, unten war ich im vorigen Vlog. Und hier drüben, also das ist Dornach, da habe ich gewohnt. Das ist das Goetheanum hier. Und hinten dran sollte eigentlich die Burg B6 sein. Und hier ist die Burg Reichenstein. Genau. Und hier dazwischen, also vor der Burg, dazwischen war ich im vorvorherigen Vlog, am Pfingstmontag. Und das ist der Vorvor, also vor drei Folgen, war ich hier unten, da ist die Biers über, hier unten. Genau, ungefähr hier. Hier war ich unten, also in der Mitte, nach der Wiese im Wald. Das ist der Bibelpfad an der Biers. Genau. Und hier ist die Reinercher Weide, das ist ja Reinerch. Hier unten hätten wir ja Esch dann. Ist das Esch? Das ist noch Reinerch. Das ist Esch, ja. Das ist Esch. Genau, das ist Esch, weil dort das Gebäude, die Großen im Gebäude, große Gebäude im Bau sind. Genau. Und hier ist noch Pfeffingen versteckt. Ja, hier ist alles noch Pfeffingen. Genau, und hier war ich im vorigen Vlog. Also dann wären wir hier oben bei der Schartenflur gewesen. Hinter der Schartenflur wäre noch die Erikaflur, die möchte ich gerne bereisen. Hier links da vorne ist noch irgendwo oben die Schauenburger Flur. Da habe ich mal Fotos auf Instagram gepostet. Genau. So, dann hätten wir Herr Genpen hinter dem Wald dort. Und hier haben wir Hochwald. Genau hier. Das da vorne ist die Falkenflur. Die geht von hier gerade aus, überall. Ist halt ein bisschen von Bäumen verdeckt. Ja, eigentlich bis hier hin. Genau, dann haben wir den Vogelberg, glaube ich, da hinten. Oder die Wiese. Der Wiesenberg, glaube ich, ist es genau. Oh, der Vogelberg ist irgendwie dazwischen oder nicht. Oder irgendwo so. Ich glaube, der ist irgendwie... Also das ist die Böllchenflur, oder die Böllchenflur eigentlich auf Deutsch. Genau, das ist schweizerdeutsch Böllchenflur. Und dann haben wir hier noch die Ecke. Ja, der höchste Berg von Basel-Land. Ja, genau weiß ich den Namen nicht mehr. Ja, und dann hätten wir noch den Passwang. Sieht man, glaube ich, die Spitze ein bisschen. Bei mir ist es leider sehr dunkel. Man sieht, glaube ich, noch die Spitze vom Passwang. Oder ist das schon die hohe... Ich glaube, das ist die hohe Wende. Oder hier ist die hohe Wende. Genau, und dann wären wir eigentlich hier schon fertig. So, und unter mir ist eben diese Eckflur. Und es geht sehr steil hier nach unten. Ungefähr 150 Meter. Ja, genau. Ich muss jetzt wieder normal zoomen. Boah, ich bin jetzt schwindlig. Wenn ich hier aufs Handy, dann wird es mir schwindlig. Gehen wir mal wieder richtig. Genau, einmal. So, also 150 Meter runter. So. Das ist Dugigen. Das ist Unterhochwald. Unter der Falkenfluh. Dann hätten wir hier noch unten die Felsen in der Mitte. Hier hätten wir noch den Bärenfelsen. Mit dem Bärenfelsenhof rechts daneben. Hier hätten wir noch einen Felsen. Und wenn ihr den Vlog vor ungefähr 10 oder 20 Tagen gesehen habt, ich war ungefähr, ja, in diesem Felsen hinten dran. Hinter dem Bärenfelsen. Genau, das ist der Kletterfelsen. Da klettern immer sehr viele Leute. Dann hätten wir hier eben Dornoch und die Ruine Dornegg. Ja, da kann ich nicht mehr so, doch ich kann mehr so. Genau. Da gehen wir auch mal hoch. Und eben auch auf die Schartenflumen im Gempenturm. Das ist nämlich der Hausberg sozusagen von Basel, weil er natürlich schon recht nah an Basel ist und der höchste Punkt. Übrigens ist der Punkt und mein Punkt, wo ich drauf bin, die Eckflur, genau gleich gross. Also man sieht es eigentlich, es ist genau gleich gross. Also man könnte eigentlich eine Hängebrücke spannen. Die würde wahrscheinlich sehr unsicher sein, da macht es niemand. Aber ja, man könnte sie spannen. Wäre eigentlich ziemlich cool. So, jetzt laufen wir noch ein bisschen nach vorne. Ich will noch ein bisschen Video machen und einfach ein bisschen Sachen zu zeigen. Einfach nach vorne, da ist nämlich noch der blauen. Und ja, ich bin eben sehr müde vom Ausstieg. Ich habe zu viel gejoggt. Davon sehr viel gejoggt. Und ja, ich fühle mich leider nicht so toll jetzt. Es ist ein bisschen schwindelig. Mir auch den Kopf ein bisschen weh vom Höhenunterschied. Und ja, ich habe sehr viel geredet. Mit meinem Vater telefoniert zum Beispiel und so mit den zwei Leuten, die ihr gehört habt, mit dem Hund geredet. Die sind von Hofstetten. Das ist eigentlich, wenn wir jetzt gerade auslaufen, zum Blauen. Ja, das ist ungefähr der höchste Punkt von der Region. Ausser natürlich die Eckflur und der Passwang und die hohen Winde. Die sind übrigens auch. Passwang und hohe Winde sind genau 1204 Meter hoch. Und diese Eckflur, die ist glaube ich 778 oder so, knapp, oder 63. Und der Passwang ist 638, nein 836, genau. So herum. Ja, ist noch etwas geschützt mit diesem roten Netz. Ja, ein kleines Büschchen. Was könnte das sein? Sieht das hier ein Fahnen oder so? Ja. Genau, überall so diese Eichen. Und wo sind die Fichten? Da, also sind Tannen. Die Fichten sind vorne, genau. Ja. Also ich finde, Fichten riechen so wunderbar nach Medizin eigentlich. Also nach, ja. Also wirklich mega wunderbar. Aber auch die Tannen hier, diese Weisstannen, glaube ich, sind es oder so. Ja. Und hier ist, glaube ich, eine Buche. Ja, da müsst ihr mir helfen. Nein, also, es schmeckt mega. Es ist genau der Zeitpunkt, so, was ist jetzt der erste Juni? Ähm, ich weiss nicht, ob das Video noch heute kommen kann, denke ich schon. Und, ähm, ja, Ahorn. Genau. Ja. Ja, also es ist wunderbar. Ich geniesse es sehr. Klar, die Vlogs haben nicht so viele Aufrufe. Aber, ähm, ja, wenn ihr eben da auch ein bisschen Interesse zeigt. Also natürlich spitzenmässig für mich. Nein. Mein Ziel ist es halt durch euch und auch so einfach, damit ich ein bisschen Videos von meiner Region zeigen kann und so. Sehr wichtig halt, dass schon ein paar Leute ein bisschen Interesse zeigen. Es ist schwer momentan. Im YouTube ist nicht mehr so viel los. Da war vor ungefähr zehn Jahren noch so viel los. Und jetzt wollen die Leute eigentlich nur noch Kurzvideos oder so schauen. Ja, das ist natürlich nicht so spannend mehr bei anderen. Also ich mache es so, wie ich genau ungefähr mir vorstelle. Wird es euch gefallen, wenn ihr natürlich mehr sehen wollt. Und, ja, bessere Qualität. Da müsst ihr noch ein bisschen warten bei mir. Ich bin eben krank. Ich habe mehrere schwere Autimun- und Nervenkrankheiten. Auch so ein bisschen, ja, Knochenkrankheiten und so. Und kann halt nicht alles so mega leisten. Aber ich spare jetzt, also ich muss jetzt eigentlich nicht mehr so viel sparen für eine neue Cam. Eine sehr gute Cam. Und eben die GoPro, die ist einfach nicht so geeignet für die Hitze. Also der Akku geht viel zu schnell runter, wenn es heiss ist. Ja. So, also wunderschöner Weg hier. Ich wollte eben noch ein Video vom Clues machen. Das ist ein Ort bei Ash. Ein kleines Tal. Ich denke, ich komme noch irgendwie dorthin. Sonst muss ich halt irgendwie noch vielleicht ein anderes Video machen. Ah, die sind jetzt hier vorne. Das sind die Leute gewesen, die... Ja, jetzt hätte ich vielleicht nochmals zurückgehen können. Zur Flur, aber das ist jetzt zu weit weg. Also, ich bin eben an der vordere Flur gewesen, Richtung Basel. Wenn wir dorthin gegangen wären, wo der Hund gebellt hat, dann hätten wir noch ein bisschen weiter rechts sehen können, aber das ist nicht so viel. Das ist Himmelried und Seben und so. Ja, sieht man nicht so viel. Und zum Turm hätte man auch noch gehen können, da hätte man noch ein bisschen runter sehen können. Nach Grellingen. Nach Grellingen. Nach Zwingen. Ja. Und nach Laufen. Ja, müsste man noch ein bisschen laufen. Und man sollte nicht von Zwingen, oder man sollte niemanden zwingen, von Zwingen nach Laufen zu laufen. Weil, es ist ein bisschen weit. Es würde viele Gamer überfordern. Ja. Und ich bin ja sehr sportlich. Ich jogge sogar die Eckflucht hoch und bin leider sehr verschwitzt. Also man sieht es leider nicht mehr. Es ist so ein bisschen dunkel hier. Mein Gott, ich kann nicht die Kamera so richtig gut haben. Jo. Und ich geniesse es einfach richtig. Es ist so etwas Schönes. Man denkt immer so am PC, ist es wunderschön. Ja, ist es auch, auch in Games. Aber meine Passion, meine Fröhlichkeit dort, wo ich am liebsten bin, ist einfach die Natur. Und natürlich auf dem Fußballplatz. Egal wo, auch auf Kunstrasen. Und ich leide hier in der Region, in der Kreisliga sozusagen. Sagt man in Deutschland, in der Schweiz eher so Regionalliga. Gibt es halt überall Kunstrasen und das macht mir nicht so gut. Dann muss ich immer noch ein bisschen weit irgendwie wandern, damit meine Beine nicht irgendwie anschlafen oder sehr verletzlich werden. Denn Kunstrasen tut eben nicht gut. Denn wenn Thermos noch verbessert werden in den Jahren, noch viel verbessert werden. Vielleicht ist er dann irgendwann mal nützlich. Aber er ist irgendwie gar nicht so nützlich, weil Naturrasen einfach auch sehr viel angenehmer ist zum Fussbespielen. Genau. So. Also. Dann zeigen wir nochmals. Ja. Ich mache immer so ungefähr 20 oder 15 Minuten Vlogs. Jetzt gerade so 20 Minuten Vlogs. Auch wegen Handyakku. Der ist viel viel grösser als der von der GoPro. Ich weiss nicht, ob er kaputt ist schon. Aber ich habe den besten Akku gekauft für die GoPro. Und es dauert nicht mal 40 Minuten, dann ist der Akku schon wieder leer. Weil er hat 5,3K Auflösung runtergepegelt. Der 4K für YouTube. Und ja. Ist natürlich. Ja. Aber zu schnell weg. Auch wegen der Hitze. Und dann ist entweder die SD voll oder überheizt. Und ja. Kann man leider nicht so viel machen. Soweit die Leute ein bisschen langsamer laufen. Und sie hat auch ein bisschen mithören können. Verabschiede ich mich jetzt. Ja. Ich werde nochmals einen Vlog machen. Dankeschön. Und ja. Dann. Tschüss.